Musik Du bist schuld, die Bilder verwackeln. Sollen wir vielleicht doch mit der Untersetzung hochfahren? Warum? Das ging doch so wunderbar. Ja, aber... Gegen Bett. Hat sich schon ein wenig gequält. Wo kann man denn noch runterfahren? Hinten lang gucken wir gar nicht. Erst mal hier runter, vordere Aufwand an der Seite rauf wieder. Das sehe ich nicht als Problem. Ich muss nur aufkommen, dass er... Geradeaus hoch. Oder, nee, rechts. Nee, Moment, wo kommen wir? Da hoch. Genau. Aha. Ich weiß ja was, mach ich mal lieber in der Untersetzung da. Mal den Überhang da rechts links, hab ich ein bisschen Angst um meine Schwelle, ehrlich gesagt. Ach da. Schmitz. Oh. Du schrattest jetzt das Kennzeichen auf. Haha. Kann man die Zirkluft kurbeln? Ja. Oh verdammt. Egal. Mal eine Antenne. Muss erst mal eingeschraubt werden. Die ersten Kratzer. Jo. So, ich pack mal einen Schatten. Och, ich kann mich draussen. Ach. Boah. Ach. 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 Ach.